Wir beginnen nach oben. Höher. Okay, okay, okay. Achtung, Achtung. Schultern, Schultern, Schultern. Jetzt nach links. Ich frage euch, Berlin, war das zu einfach? Berlin, war das zu einfach? Achtung, ein Viereck nach oben. Und tick, 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 tick. Noch mal. Check, 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 sehr gut. Check, check, tick, 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 schultern, schultern, schultern. Berlin, war das zu einfach? Ja! Achtung, ein Viereck nach oben. Und tick, 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 tick. Papa! Ja, mein Kind. Was ist denn ein Jackal? Weiß ich auch nicht. Check, 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 check. Achtung, schultern. Wir machen jetzt eine Zacklinie nach unten. Und hey, 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 für die Schür. Hey, für die Schür. Hey, hey, nach oben. Hey, 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 hey. Achtung, nach links. Und tick, zack, tick, zack, nach rechts. Zig, zack, tick, zack, nach links. Soffel. Zicke, zacke, ziebe, packe. Zicke, zacke. Zicke, zacke, zicke, zacke, sehr gut, Achtung, ein Kreis, hier, und doppelt, sehr gut, Achtung, hier geht's rüber in ein kleines Haftplatz raus. Seid mal jetzt ganz ungezogen, ganz haunisch, ich höre eure Geräusche, und dieses Chaos beenden wir gemeinsam auf dem Bauch, ah, Salami-Pizza, Chaos, dieses Chaos, das beenden wir jetzt mal auf dem Po, wo? Auf dem Po, und jetzt machen wir zur Entspannung einen coolen Scheibenwischer von einem Polizeiauto. Ich bitte die freien Elboden aus dem Fenster rauszulegen. Okay, wir machen jetzt einen Scheibenwischer von einem wirklich, von einem wirklich ganz, ganz gefährlichen und ganz, ganz kleinen Dreirad. Nicht so doll, nicht so doll, ich höre. Okay, wir machen jetzt den Scheibenwischer von einem Kinderwagen. Ich höre. Und wir machen jetzt, wenn ihr euch das traut, den Scheibenwischer von dem größten LKW, der auf dieser Augewand fährt. Und wir machen jetzt den Scheibenwischer von einem kleinen Dreirad. Ich hör mir, ich sag mal, mmm-Urschen, starb im Unternehmen. Wer kann? Singt mit! Überall maximumige Fahrer. Sie waren lange vor uns da. Sie haben auf uns gewandelt. Hey! Schon sind sie wieder da. Oh yeah! Objektiv ab!